Bei ihnen stimmt die Chemie, das war schon nach dem ersten gemeinsamen Auftritt von Florian Silbereisen und Anna Amakova vor einigen Monaten klar. Und jetzt könnte der Schlagerstar und Moderator die junge Londonern auch noch so richtig glücklich machen. Florian Silbereisen könnte Anna Amakova richtig glücklich machen. Denn nach ihrem Debüt als Sängerin in Flores TV-Show seit Anna Amakova, 24, bereits ein neues Ziel, sie möchte Schauspielerin werden. Ich bin zwar schüchtern und habe Angst, abgelehnt zu werden, trotzdem will ich es versuchen, erklärt die Tochter von Boris Becker, 56, mutig. Ein Gastauftritt in einer Serie aber reicht ihr nicht, Anna will am liebsten direkt aufs erste Klasse-Deck des Traumschiffs. Und diesen Wunsch kann ihr nur Florian Silbereisen, 43, erfüllen, der, rein zufällig, nun mal der Kapitän des ZDF-Dampfers ist. Auf hoher See und in fernen Ländern würden die zwei garantiert glückliche Momente erleben. Warum sollte er Anna also nicht an Bord des Traumschiffs holen? Sie könnte mit ihrem Tanz- und Gesangstalent die Passagiere unterhalten oder in die Rolle der engsten Vertrauten von Kapitän Max Barger schlüpfen. Florian Silbereisen, der über die Besetzung mitentscheiden darf, muss sich nur noch bei Anna Amakova melden. Der verantwortliche Produzent vom Traumschiff, Sebastian Hühnerfeld, hätte jedenfalls nichts dagegen. Florian Silbereisen schwärmt von Anna, freue mich aufs nächste Mal. Wird Flori ihr diesen großen Wunsch erfüllen? Nach Annas Gesangsauftritten in seinen Shows war der Bayer jedenfalls hin und weg von ihrem Talent. Ich habe schon bei der ersten Probe gemerkt, dass Anna keine Tipps braucht. Sie kann wirklich was. Und es macht richtig Spaß mit ihr. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Es dürfte also nur noch eine Frage der Zeit sein, bis Annas Telefon klingelt und Flori sie einlädt. Eines scheint jedenfalls sicher, die gemeinsame Geschichte der beiden ist noch nicht auserzählt, weder vor, noch hinter der Kamera. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Es wird in der Kamera. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Es wird in der Kamera. Vielen Dank.